Warum wollen wir im siebten, sechsten Grün wählen? Warum? Weil alle Probleme, die wir haben, entweder auf europäischer oder auf kommunaler Ebene gelöst werden. Das Klimaproblem, das Umweltproblem, wie schaffen wir neue Jobs, dafür brauchen wir möglichst viele Grüne im Europäischen Parlament, weil wir eine Europäische Union wollen, die voll auf erneuerbare Energien setzt, ihr ganzes Netz entsprechend ausbaut und in Effizienz investiert. Und alle anderen Probleme, wie machen wir Klimaschutz und Ökologie von unten? Dazu brauchen wir starke Grüne in den Kommunen. Und lasst mir nicht zuletzt sagen, starke Grüne in den Kommunen brauchen wir auch, wenn wir Kinderpolitik machen wollen. Ich finde, wir müssen alle Kinder in den Mittelpunkt stellen und das heißt, dass wir gute Kindergärten brauchen, viel Personal dazu, eine Stadtentwicklung, bei der sich Kinder bewegen können und Schulen, in denen jedes Kind gefördert wird. Also nichts ist so logisch wie sich am siebten, sechsten aufraffen und das Kreuz kommunal und europäisch bei Grün machen. So nehmen wir das Thema in die Zange.